Willkommen zurück zu einer neuen Folge Rocket League mit dem Tim. Hallo Jan! Er duckt! Oh 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 jawoll! Nur weil der Torwart von dem gepennt hat ey. Dann hat er einfach nur ne Ecke rum. Ja der wollte den jetzt aber war zu spät dann. Ah ja ok. äh, du, ne? ja den hat doch wirklich in den letzten Sekunden rausgehoben na, war klar, dass sie jetzt ja, 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 nein ja, ich hab das Glück quasi gepachtet sehr gut ouch oh yeah ja, okay ja, 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 ja Nee. Äh, du. Oh, er titscht wieder so unkontrolliert nach oben. Nein, ich wusste, es ist immer die gleiche Scheiße. Kann der von der Ecke nicht normal abprallen? Nein, er muss nur nach oben titschen, ey. Mhm. Ich hab da noch mit Glück gemacht. Ach so, warum springt der bei uns noch nie ab? Hopp! Ja, vielleicht soll ich auch mal Glück haben. Ja. Jawoll. 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 Mein Gott, nee. Machen wir jetzt eine Stunde lang. Uh. Uh. Oh. Was macht man? Gegenseitig. Nein. Nein. Ja, schönes Ding. Oh. Oh. Verdammt, ey. Nein. Ja, 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 ja. Oh, nein. Das gibt's aber nicht. Nein, 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 nein. Mehr Glück können die doch eigentlich gar nicht haben. Ja, 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 ja. All right, Laszano. Was machen? Jawoll! Das wäre nustige. Allerletzte Sekunde. Schön. Schön. Ja. Nice. Hat er gebinnt. Ja. Pion, boi. Get in there. Fick! Yay! Gewonnen! Wuhu! Dollarzeichen als Antenne. Nein, hab ich schon. So, los geht's. Weiter geht's. Wie findest du diesen anderen Spielmodus mit den Items, die man einsammeln kann? Zu unübersichtlich. Naja, zu unübersichtlich und zu willkürlich. Ja. Da gewinnen immer die, die Leute mit den besseren Items. Ach, Menno. Ah, für den bestimmt schnell neu. Ja. Das nehmen wir mit. Ja. Belohnung. Glaubst du jetzt Belohnung? Ich hab jetzt ne Belohnung bekommen, ja. Eine Antenne. Oh. Lustigerweise diese Antenne, die so dieses Verbindungsabbruch-Symbol ist. Ja, die hab ich meistens drauf. Fällt mir irgendwie. Ja, das ist echt cool, dass er dann direkt ein nächstes Spiel sucht. Und das so schön schnell geht. Genau, du fährst. Oh, 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 oh. Jawohl. 1-0. Genau gepasst. Ja, tatsächlich, da ist die Antenne drauf. Ah. Ah. Oh, nein. Hör mal, die bekannten Millimeter. Oh. Oh. Ah. Ah. Ehe, eine zischt einfach vorbei. Ah, und ich schieß vorbei. Das Ding ist so komisch auch vorher. Alter, ich krieg ihn mir hin mal richtig anzufangen. Ja, das ist ein schönes Ding. Alle haben den Ball hinterher. Das ist einfach die Prügelei. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ouch. Nein, ich bin da runtergeflogen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bitte da. Nooo Nein! Niemals! Nein! Scheibenknoisse! Nein! Ich hab's gegenseit schwenken vorhin. Ich hab ihn nur auf die Knoisse gewusst. Da you go. Fuck! 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 Schön. Die Rache. Ich hab so schön dran vorbeigeflogen. Fabi. Ah, schade. Nein! Oh! Schön das Ding. Glanzparade? Ja, wenn das auf der Linie ist. Ups. Ja! 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 Bring doch seine Teile. Ja! 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 Ja, ganz! Alter Sieg! Tch! Yeaaaah- Jo! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss. Tschüss.